Einsätze in hunderten Metern Höhe. Patienten in Lebensgefahr. Wir müssen sie jetzt einfach mitnehmen, das schaffen wir auch. Suche nach Vermissten. Zwei Tage bei der Luftrettung, Stern TV war hautnah dabei. 7.30 Uhr. Das Team von Christoph 54 in Freiburg bereitet sich auf den Tag vor. Notfallsanitäter Henning Behrens checkt gemeinsam mit Notarzt Dr. Hansjörg Busch und Pilot Oliver Barth die Seilwinde am Hubschrauber. Ab jetzt ist der Helikopter einsatzbereit. Nächster Punkt auf der Tagesordnung Lagebesprechung beim Frühstück. Doch plötzlich wird das Briefing unterbrochen. Der erste Einsatz steht an. Ein junger Mann hat sich mitten im Schwarzwald bei Holzarbeiten verletzt, landen direkt am Unfallort unmöglich. Die Winde wird unmittelbar zum Einsatz kommen. Unterwegs nimmt die Crew einen Rettungsspezialisten der Bergwacht auf. Er soll Notarzt Dr. Busch bei der Bergung des Opfers unterstützen. Über dem Unfallort ein letzter Check. Dann geht es per Seilwinde 90 Meter in die Tiefe. Der Kameramann muss im Hubschrauber bleiben. Ab jetzt filmt nur noch die Bodycam vom Notarzt. Die Unfallstelle ist schwer zu erreichen. Ein Notarzt ist bereits vor Ort. Ein massiver Baumstamm hat den Unterschenkel des 22-Jährigen zertrümmert. Er muss schnell ins nächstgelegene Krankenhaus. Wir würden jetzt nicht, dass du so schnell wie möglich wegkommst, dass es auch so schonend wie möglich für dich ist, jetzt in den Bergesack bei uns reintun. Und dann nehmen wir dich wieder mit dem Hubschrauber hoch, verladen dich in der Luft und fliegen dich nach Offenburg. Trotz des schweren Unfalls ist der Waldarbeiter bei vollem Bewusstsein. Hast du denn noch woanders Schmerzen, außer da unten? Nein, gar nichts. Hier oben hast du nirgends was abgekriegt, weil die Bäume, die sind so brutal dann, gell? Ich habe nichts abbekommen. Schmerzen jetzt? Geht. Aufgrund seiner Verletzung steht der Patient unter Schock. Ich gebe dir noch ein bisschen was gegen die Schmerzen. Ich nehme alles mit. Ich gebe alles. Auch die Feuerwehr ist vor Ort. Gemeinsam bereiten die Rettungskräfte das Unfallopfer für den Lufttransport vor. Stopp, gibt Kommando. Eins, zwei, drei. So, super. Und langsam ab. Jawohl. Der Patient soll in über 100 Meter Höhe in den Hubschrauber verladen werden. Wir verpacken dich jetzt gut, gell? Ja. Jetzt geht's gleich los, gell? Nicht erschrecken. Wird ein bisschen laut. Du darfst jetzt schlafen. Über der Unfallstelle navigiert Sanitäter Henning Behrens den Piloten bei der Bergung. Es kommt auf jeden Meter an. Jetzt der Matze wird übergeben. Dann geht es knapp 120 Meter in die Höhe. Okay, ganz stabile Last. Super. Okay, super. Okay, super. Lass es eben in der Kurve. Okay, Bergesack ist gesichert. Ja. Und der Buschi ist auch gesichert. Auf direktem Weg fliegt der Hubschrauber ins knapp 25 Kilometer entfernte Klinikum Offenburg. Nach der Patientenübergabe kehren die Luftretter zur Station zurück. Zurück auf der Station. 16.15 Uhr der nächste Einsatz für die Luftretter. In Neuenburg am Rhein sei ein Mann bei einem Geschäftstermin ohnmächtig geworden. Die Arbeitskollegen des Opfers hatten den Notruf gewählt. Der junge Mann ist kaum bei Bewusstsein. Dr. Busch untersucht den Patienten. Hallo, Busch mein Name. Ich bin vom Hubschrauber. Verstehen Sie mich? Ja. Okay, haben Sie noch Schmerzen? Nein. Können Sie die Augen nochmal bitte für mich aufmachen? Wie bitte? Die Augen aufmachen? Entschuldigung. Ja. Okay. Okay. Alles klar. Die beiden Arme mal hochnehmen. Ja. Beide Arme hochnehmen. Hoch. Hoch. Das geht. Und beide Beine bewegen. Nein. Hat er gebrochen? Nein, hat er nicht. Okay. 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 Alles klar. Gut. Es besteht der Verdacht auf einen Schlaganfall. Dem 37-jährigen drohen Langzeitschäden. Dann wird alles weg. Okay. Genau, also er hat... Ich habe gerade eben mit ihm noch geredet. Er kann sich daran erinnern, dass es ihm schwindlig wurde im Konferenzraum. Ja. Danach fehlt ihm alles. Okay. Aber dann haben die Kollegen beobachtet, dass er halt sich an den Kopf gegriffen hat, rausgelaufen ist, auf beide Seiten mehrfach gestürzt ist. Und... Gemeinsam bereiten die Rettungskräfte den Patienten auf den Transport vor. Auf drei. Eins, zwei, drei. Super. Von Neuenburg fliegt Christoph 54 zurück nach Freiburg. Für die 40-Kilometer-Strecke braucht der Hubschrauber nur zehn Minuten. Es ist immer noch nicht klar, aus welchem Grund der Patient ohnmächtig geworden ist. Das könnte für die Hubschrauber sein. Eine davon ist ein sehr gleicher Hubschlagentfall oder unten. Da haben wir keine Entblutung. Und deswegen müssen wir die schlimmen Decke erstmal ausschließen. Angekommen in der Uniklinik Freiburg bringt Dr. Busch den Patienten in die Notaufnahme. Er ist stabil. Er ist jetzt wieder wach und ansprechbar. Er ist ohne Vorerkrankung in seinem Geschäftsmeeting tatsächlich kurzzeitig bewusstlos gewesen. Dem Patienten drohen bleibende Schäden. Aufgrund des Schlaganfallverdachts führen die Ärzte eine Computertomographie durch. Dr. Busch und sein Team fliegen währenddessen zurück zur Station. Das Schockamt-Team übernimmt jetzt die Überwachung, aber auch die weitere Diagnostik. Wir haben ein Zentrum für Notfall- und Rettungsmedizin in der Uniklinik. Und dort sind die ganzen Spezialisten, die wir brauchen, auch vor Ort. Für die Luftretter war es der letzte Einsatz für diesen Tag. 7.30 Uhr am nächsten Morgen. Heute unterstützen Notarzt Dr. Frank Lerch und Notfallsanitäter Ralf Mewes Pilot Oliver Barth. Das Freiburger Team wechselt regelmäßig aufgrund der hohen Belastung durch die vielen Einsätze. Und auch heute haben die Luftretter wieder viel zu tun. Bei Schluchsee gab es einen Motorradunfall. Der Hubschrauber muss auf einer Lichtung einige hundert Meter vom Unfallort entfernt landen. Hier sollen Dr. Lerch und Sanitäter Ralf Mewes eigentlich von der Polizei abgeholt werden. Hier ist Lerch und Christoph 54. Dieses Polizeiauto, was ihr uns entgegen geschickt habt, das ist vorbeigefahren. Bei den Einsätzen kommt es oftmals auf Minuten an. Der Notarzt muss schnellstmöglich zum Unfallort gelangen. Die Luftretter müssen improvisieren. Sie halten ein Privatfahrzeug auf der Straße an. Haben Sie noch drei Plätze frei? Zwei. 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 Können Sie uns mitnehmen zum Unfall. Und der ist da oben? Da müssen wir wieder umdrehen. Das passt. Nach zwei Minuten Fahrt trifft das Rettungsteam an der Unfallstelle ein. Hier liegt eine 49-jährige Motorradfahrerin verletzt im Straßengraben. Ihr Ehemann hält den Tropf. 49 Jahre jung ist der Fahrer, Sozius, oben runtergekommen ins Bankett rein. Hier geschmissen Sie überschlagen im weichen Beet drin. Die Motorradfahrerin hat sich im Halsbereich verletzt, klagt über Atemprobleme. Das Schweizer Ehepaar war auf einer Motorradtour unterwegs zum Titisee. Ja, ich mache mir sicher Sorgen, das ist meine Frau. Ein Transport per Hubschrauber ist nicht nötig. Nach erster Erkenntnis hat die Patientin keine schweren Verletzungen davongetragen. Damit wurde die Patientin als nicht kritisch quasi klassifiziert und geht jetzt bodengebunden ins nächste geeignete Krankenhaus, weil, so wie ich es höre, wir jetzt schon den nächsten Einsatz wieder haben. Die Luftretter haben heute extrem viel zu tun. Ohne Zwischenlandung fliegen sie direkt weiter Richtung französische Grenze. Auf dem Weg nimmt der Hubschrauber noch einen Rettungsspezialisten auf. Bei Griesheim ist ein Kanu im Rhein gekentert. Drei Personen werden vermisst, befinden sich aufgrund der starken Strömung in Lebensgefahr. Auf der Suche nach ihnen fliegen die Luftretter den Rhein ab. Noch immer keine Spur der gekenterten Personen. Der Rhein hat Hochwasser, die Vermissten drohen zu ertrinken. 15 Minuten dauert die erfolglose Suche jetzt schon an. Die Lage spitzt sich zu. Selbst nach mehrmaligem Abfliegen des Flusslaufs können die Vermissten nicht gefunden werden. Stopp, stopp, stopp. Einmal runter links. Nach 30 Minuten meldet sich schließlich die Leitstelle. Alle drei Personen konnten glücklicherweise durch Rettungsboote geborgen werden. Die Crew fliegt zurück zur Station. Mittlerweile ist es 18.30 Uhr. Das Rettungsteam war den ganzen Tag in der Luft. Doch viel Zeit zum Verschnaufen bleibt nicht. Mit der Patientin, der ältere Patientin, die gestürzt ist, die hat jetzt eine Skalpierungsverletzung und vor allem eine Densfraktur. Also der oberste Halswirbel, ganz oben, der ist gebrochen und die muss dringend in eine andere Klinik. Das ist eine Sekundärverlegung, also eine Intensivverlegung. Die Patientin hat einen Genickbruch erlitten. Nach ihrem lebensgefährlichen Sturz liegt die 89-Jährige in der Notaufnahme in Tuttlingen. Zur weiteren Behandlung soll sie nach Singen gebracht werden. Angekommen in Tuttlingen muss sich Dr. Larch zunächst einen Überblick über den Zustand der Patientin verschaffen. Jetzt gucken wir es uns an. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Nicht erschrecken, wir sind vom Hubschrauber, Frau ***, hören uns an und dann bringen wir sie nach Singen, gell? Aufgrund einer geschädigten Wirbelsäule hat die 89-Jährige sehr empfindliche Knochen. Aus diesem Grund ist der Transport für sie besonders riskant. Passen Sie auf, wir müssen sie jetzt einfach mitnehmen, das schaffen wir auch. Wir haben sie auch bei uns dann auch an der Überwachung, auch das schaffen wir. Was wir aber machen wollen, ist mit so einer speziellen Hilfe sie rüberlegen. Um weitere Schäden zu vermeiden, wird der Hals der Frau gestützt. Jede falsche Bewegung kann jetzt lebensbedrohlich sein. Wenn Sie bereit sind, wir sind's, wir würden Sie jetzt rüberheben auf unser Bett, gell? Dann kommen Sie von diesem kalten Ding runter. Alf, geht es bei dir alleine? Ich kann. Wenn jeder und jede was hat, dann auf drei, eins, zwei, drei. Sehr gut. Die Patientin ist jetzt bereit für den knapp 10-minütigen Flug im Hubschrauber. Hast du einen Scheuner? Gut, okay, Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Danke für alles. Von Tuttlingen fliegt der Hubschrauber knapp 40 Kilometer Richtung Schweizer Grenze nach Singen. Hier wird die Patientin operiert. Zehn Einsätze an zwei Tagen. Christoph 54 war nahezu pausenlos in der Luft. Für heute ist Schluss für die Luftretter.